Von Holger Preis wer eine Mercedes G-Klasse fährt, der weiß, dass es eigentlich kein Gelände gibt, das er nicht durchfahren kann. Doch auch Ikonen müssen mit der Zeit gehen. So auch das dicke G, dessen Neuauflage derzeit die letzten Abnahmefahrten auf dem Schöckleger hat. Es war der iranische Herrscher Mohammad Reza Pahlavi, der mit 18% der Daimler-Aktien im Rücken Anfang der 70er Jahre darauf drängte, dass die Stuttgarter doch ein Auto bauen sollen, das sowohl für Grenzpatrouillen als auch zum Jagdwagen taugt. Unter der Maßgabe, dieses kommende Fahrzeug auch an die Bundeswehr verkaufen zu können, vereinbarte Mercedes 1972 mit dem österreichischen Hersteller Steyr Daimler Buch den Bau eines echten Geländekrachers. Den Zuschlag vom Bund erhielt man in Stuttgart am Ende dennoch nicht. Der ging seiner Zeit an den wesentlich preiswerteren Iltis von VW. An den erinnert sich heute aber kaum noch jemand, während die Mercedes G-Klasse in 38 Jahren zu einer Ikone geworden ist. Und das betrifft aus heutiger Sicht nicht nur die kantige Optik, sondern auch die Offroad-Tauglichkeit. Denn mit einer G-Klasse kommt man dorthin, wo andere Geländewagen sich einfach nur die Achsen brechen. Doch damit sie das kann, was andere nicht können, wird sie seit nunmehr 40 Jahren an einem ganz besonderen Ort auf die Prüfung gestellt, auf dem Schöckleger, dem mit 1,445 Metern bedeutendsten Gipfel im Grazer Land in Österreich. Etwa 15 Kilometer von der Landeshauptstadt der Steyr Mark entfernt, dort wo inzwischen unter der Ägide von Magna Steyr die G-Klasse gebaut wird, treiben Entwicklungschef Oliver Metzger und seine Ingenieure das dicke G in Summe 2.000 Kilometer über Furchen, Felsbrocken und Querverschränkungen. Hinzu kommen weitere 4.000 Kilometer auf sogenannten Schlechtwegstrecken. Doch bevor die neue G-Klasse über den Schöckleger reiten durfte, wurde entwickelt. Seit März 2014 sitzen Metzger und seine Leute daran, die alten Attribute des Offroaders in ein völlig neues Konzept zu schmieden. Die größte Herausforderung war, erzählt Metzger, dass wir ein Fahrzeug völlig neu entwickeln mussten ohne dabei die Ikone aus den Augen zu verlieren. Fahrwerksseitig gehört dazu auf jeden Fall der Leiterrahmen, das Untersetzungsgetriebe und das Thema 100%ige Differenzialsperre vorne, Mitte, hinten. Ikonisch ist aber auch, dass sie das Fahrzeug, wie kein anderes, an einem physikalischen Limit bewegen können, sagt Metzger und schiebt das noch getarnte G über Felsbrocken, das es wankt wie ein Fischkutter bei Windstärke 10. Noch während der Entwicklungschef über das zu erhaltene Komfortniveau referiert, packt der Autor reflexartig den neu, designten Haltegriff an der Armatur. Aber tatsächlich wirkt der Überlauf trotz einer Seitenneigung von bis zu maximal 35 Grad angenehm leichtfüßig. Das mag zum einen an dem bekannten 4 Liter V8 liegen, der mit stolzen 422 PS und 610 Newtonmetern maximalem Drehmoment für reichlich Schub sorgt, zum anderen an der neuen Einzelradaufhängung an der Vorderachse, die zusammen mit AMG entwickelt wurde. Der Hauptgrund ist aber wohl die neue Verstelldämpfung, die in Zukunft optional in die G-Klasse gebucht werden kann. Beideann 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 Beideann